Ich habe so komplizierte Gefühle, ich muss das Casino meines Vaters ausbauen. Ich räume das aus das Casino meines Vaters, damit sicher alles besser. Der hält sich wundern. Ich glaube, noch so ein Jahr, das schaffe ich nicht. Ich glaube, noch so ein Jahr, das schaffe ich nicht. Frisst mich nicht auf, wer mich hintergehen will, denn am Ende, da wollen mich Leute loswerden, die ich sehr lieb habe. Aber verdammt, Dollhasse, es sind kurz gesagt die Top-Menschen in meinem Leben. Und mindestens einer von ihnen will mich loswerden. Da haben es alle verdient. Da haben wir es alle verdient, ausgeraubt zu werden. Und das Grand Hotel und Casino Lothian, das sind wir alle. Ich bin dabei.